Herzlich willkommen bei Pearl TV, liebe Zuschauer. Wir werden uns in den kommenden Minuten ein Stück weit mit Ihrem grünen Daumen bzw. mit Ihren grünen Ansätzen in der Energiegewinnung beschäftigen. Wir müssen Ihnen, glaube ich, nicht extra erzählen, dass der Strom leider immer teurer wird. Erst recht durch die neuen erneuerbaren Energien, Windenergie, Solarenergie und dergleichen. Das werden speziell die Mieter sicherlich beim letzten Blick auf die Nebenkostenabrechnung recht schmerzlich erfahren haben. Wir möchten Ihnen tatsächlich zeigen, wie Sie den Strom in der Zukunft bis zu einem gewissen Maße natürlich einfach selber generieren können, selber produzieren können und das auf eine Art und Weise, die man schlichtweg als umweltfreundlich bezeichnen kann. Kai macht mit und Kai, das ist doch wirklich mal eine super Möglichkeit, sich unabhängig von irgendwelchen Energieanbietern völlig autark mit Energie zu versorgen. Ich habe mich in den letzten Tagen wirklich auf die Sendung gefreut, nachdem ich wusste, dass wir mit eigenen Windgeneratoren jetzt mal hier an den Start gehen. Nein, einfacher geht es gar nicht. Vor allem der mobilstationäre Bereich, werde ich Ihnen jetzt gleich erklären, was ich damit meine, nämlich beim Camping, nämlich mit Ihrem Wohnwagen, nämlich mit Ihrem Wohnmobil. Oder zum Beispiel auch bei einem Gartenhäuschen, wo es sich nicht wirklich rentiert, Strom vom eigenen Haus durch den Garten legen zu lassen, weil die Investition einfach horrenteuer ist. Und man dann sagt, naja, im Winter bin ich nie im Gartenhäuschen, brauche ich nicht. Wie einfach ist es denn, und das sehen Sie auf jeder Autobahn, wo es in Deutschland heute unterwegs ist, wie man Wind, besser gesagt Energie, gewinnen kann. Mit Wind natürlich. Jeden Tag entstehen neu irgendwo Windparks. An der Nordsee, an der Ostsee ist das also wirklich jetzt schon zu Hunderten an Stückzahlen, die da stehen. Und natürlich auch neben den Autobahnen, weil warum soll man sich den Wind denn nicht zunutze machen, um daraus Strom zu generieren. Und das Tolle ist, dass wir hier zwei insgesamt, aber jetzt fangen wir mit dem ersten Mal an, Generatoren haben für 12-Volt-Systeme. Und da kommen wir jetzt eben auf das Thema Camping, auf das Thema unterwegs zu sein. Und da finde ich das einfach toll, dass ich hier ein richtig ausgewachsenes Generatorsystem habe, im ersten Falle mit 50-Watt-Leistungsaufnahme, wo ich einfach mal mit meinem Strom selber produzieren kann. Das ist natürlich wirklich perfekt, wenn ich jetzt wirklich gerne mal unterwegs bin, mit einem Campingmobil, mit einem Caravan. Das heißt, ich brauche eigentlich nur noch einen etwas höheren Stock, um das gute Stück drauf zu pflanzen. Und dann versorgt mich das gute Stück natürlich auch eigenständig mit dem Strom, den ich brauche, um zum Beispiel meinen Fernseher zu betreiben, um meinen Notebook oder meinen Tablet-PC aufzuladen, um mein Smartphone aufzuladen. Und das natürlich völlig unabhängig von irgendwelchen Motorleistungen, spart natürlich auch hier wieder enorm an Geld. Und vor allen Dingen ist es extremst umweltfreundlich. Übrigens keine Angst, die entsprechenden Laderegler und selbstverständlich auch die Batterie, die Autobatterie, in unserem Fall ein Blei-Akku, werden wir Ihnen im Laufe der Woche natürlich auch noch vorstellen. Wie funktioniert das denn jetzt eigentlich? Ich sage mal, ich sehe speziell auf dem Weg zu meinen Schwiegereltern tatsächlich auf den großen Feldern immer diese großen Windkrafträder. Meistens stehen die aber. Woran liegt denn so was? Das liegt teilweise daran, dass die Windstromgärten, wie man sie nennt, oder diese Parks, immer dann passende Windräder einschalten, wenn Strombedarf da ist. Oder eben, ja, sozusagen Windräder auch mal gestoppt werden, wenn eine Überproduktion da ist. Das heißt, es wird ja auch immer abhängig vom Wind. Und ich habe mich früher auch immer gefragt, warum stehen die teilweise? Und habe da mal nachgehakt. Tatsächlich ist es so, dass eben passend entweder die, die noch nicht laufen, noch nicht angeschlossen sind am Strom oder eben dann runter reduziert werden, weil man gerade eine Überkapazität hat, die ins normale Netz gerade nicht eingespeist werden kann. Oder man einfach sagt, die Kapazitäten sind zu viel. Man stellt mal ein, zwei ab. Zum Großteil ist es aber heutzutage tatsächlich so, wenn du irgendwo welche stehen siehst oder nur ein oder zwei arbeiten noch nicht, dann kann man meistens, wenn man ein bisschen genauer anguckt, sehen, dass die Erdarbeiten in vollem Gang sind. Das sind Zuleitungen, die hingelegt werden und so weiter und so fort. Das stimmt. Aber eben auch, wenn Überkapazität da ist, dass eben ein-, zweimal runter reduziert werden. Und das ist ja unglaublich, was da eben Strom produziert werden kann. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Hier innen drin in unserem Gehäuse ist ein Generator, der angetrieben wird durch nichts anderes als durch Luft. Dadurch brauchen wir eben diese drei Propeller. Und wir haben hier einen maximalen Ladestrom von 4,4 Ampere. Das bedeutet also zum Beispiel Ladestrom von einem iPad, 1,8 Ampere, also 1800 Milliampere. Und damit könnte ich jetzt zum Beispiel jederzeit gleichzeitig zwei iPads laden. Das musst du dir jetzt mal tun. Das ist ja krass. Das heißt, ich habe mit 50 Watt Generator Energie hier, mit einer Umdrehung bis zu 1050 Umdrehungen in der Minute, je nachdem wie der Wind ist, jederzeit die Möglichkeit, mal Hilfsgeräte zu laden. Vielleicht aber auch zum Beispiel alles, was mit 12 Volt zu tun hat, an Lampen, an vielleicht einem kleinen Radio im Schrebergerabchen auch zu betreiben. Oder zum Beispiel auch, und da finde ich es eben eine ganz tolle Sache für unsere Camper da draußen, im Wohnmobil ständig die Batterie am Laden zu halten. Das heißt, ich muss den Motor nicht mehr anmachen, die Lichtmaschine muss nicht mehr laufen. Auf einem Campingplatz rümpft jeder die Nase, wenn er den Motor laufen lässt. Meistens ein Diesel, der stinkt. Genau. Und jetzt auch noch ganz wichtig, ich muss nicht auf einem Campingplatz mal kurz nach Strom fragen oder bin immer nach einem Campingplatz angewiesen, sondern ich kann mir für Kleingerät hier definitiv meinen Strom selber gewinnen. Und das finde ich sogar genial, weil ich schlage jedem, aber auch wirklich jedem Stromanbieter im Moment ein Schnäppchen und sage, denkste, mache ich selber. Finde ich eine absolut geniale Lösung. Du wirst lachen, du wirst es wahrscheinlich gerade klimpern gehört haben, denn bei mir ist der Geräusch nun wirklich jetzt fennigweise gefallen. Ich war doch in Düsseldorf auf dem Caravansalon. Und die hatten draußen auf den Parkplätzen vor den Hallen insgesamt, ich glaube, dreieinhalbtausend Stellplätze für Caravan und Campingmobile. Rund 800 davon sind tatsächlich mit Strom versorgt worden. Die anderen zweieinhalb, zweitausend, achthundert Plätze waren nicht mit Strom versorgt. Und ich bin ja jeden Morgen dran vorbeigefahren, da kamen also die ersten Gähne dann aus ihren Wohnmobilen raus. Das war aber gar nicht so das Entscheidende. Man konnte wirklich auf diesem Campingplatz sehen, dass wirklich bei fast jedem, sagen wir mal, bei jedem dritten, bei jedem vierten von mir aus tatsächlich entweder ein Solarpanel auf dem Dach zu erkennen war oder eben so ein Windgenerator. Und jetzt weiß ich auch, warum die das gemacht haben. Ich dachte immer, das wäre Deko gewesen, weil sie es so schön finden oder weil sie die Wäsche besser dran aufhängen können oder was. Jetzt weiß ich, dass sie ihren Strom damit generiert haben. Das ist ja das Geniale, warum immer im Großen denken, wenn es im Kleinen auch geht. Wind gehört uns allen. Wind ist ein Naturelement, warum soll ich es denn nicht auch für den Privatbereich nutzen? Sie können das natürlich jederzeit auch auf dem Gartenhäuschen machen. Sie können das natürlich in Ihrem Schrebergarten auch machen. Allein da kenne ich aus Kölner Ecken die Diskussion, wie lange es gedauert hat, in einigen Schrebergärten endlich mal einen Strom zu legen. Das hat Unsummen gekostet, da musste man alles zusammenlegen. Das ging durch die Presse damals. Und tja, so kann ich mir den Strom selber generieren. Und Tatsache, für ein Radio, für sonstige Dinge zum Laden reichen die 50 Watt mit 4,4 Ampere hier Maximalstrom ganz locker flockig aus. Da gibt es Möglichkeiten, das hat sich so schnell reinvestiert, die ganze Sache. Da gucken Sie einfach nur noch. Und ich finde es toll, dass wir bei Pearl für ganz kleines Geld hier diese Windkraftanlagen, drücke ich sie mal aus, im Kleinen diese Windgeneratoren anbieten können. Bin ich denn jetzt tatsächlich darauf angewiesen, ich sage mal so halbe Orkanstärke zu haben, so Windstärke 6 oder 7, dass der mir wirklich die maximale Menge an Strom produziert? Oder funktioniert das auch, wenn mal so ein laues Lüftchen geht? Man weiß ja auch bei Solaranlagen, die funktionieren ja auch, wenn der Himmel bewölbt ist, geht ja trotzdem die entsprechende Strahlung durch. Wie ist das hier? Funktioniert hier genauso. Die Generatoren sind natürlich auf geringe Umdrehungszahlen auch ausgelegt. Das bedeutet also schon bei wenig Wind wird hier sofort Strom erzeugt. Und wir haben hier mal ein laues Lüftchen im Studio. Und da hinten dreht sich hier unsere Kollegin. Wenn Sie da jetzt mal drauf schauen, das wechselt jetzt immer ein bisschen, je nachdem wie der läuft. Sehen wir hier zum Beispiel, was der hier an Ladestrom packt. Und das Tolle ist, dass wir hier, und da haben wir genau unten unseren Ladestrom-Umsetzer, da kommen wir gleich noch drauf, der dazu benötigt wird, damit ich hier eben passend dann meinen Strom generieren kann. Und wir haben hier einen ganz normalen Ventilator, den wir im Programm haben, aufgestellt. Das heißt, das ist so klassischer Wind, der draußen geht. Das ist ein ganz laues Lüftchen. Normaler Wind eigentlich. Und wichtig ist, dass die Lager hier in den Generatoren sehr hochwertig, sagen wir mal, ausgelegt sind, damit das sich eben leicht dreht. Wenn Sie jetzt sagen, 50 Watt Generator mit 4,4 Amperestunden, das reicht mir eigentlich völlig, dann sollten Sie jetzt unter der NC 5696 und der 569 bestellen. Dieses kleine Kraftwerk auf ganz natürlicher und ökologischer Art und Weise, ohne dass Sie an irgendjemanden gebunden sind, kostet knapp unter 300 Euro. Und das finde ich einen sensationellen Preis. Rechnen Sie sich mal hoch, wie schnell sich das amortisiert hat. Richtig. Und das wird man spätestens beim nächsten Blick auf die Nebenkostenabrechnung deutlich zu spüren bekommen. Sie merken es definitiv im Portemonnaie und können den örtlichen Energieanbietern sicherlich mal hier und da ein kleines Schnippchen schlagen. Vor vielen Jahren ging das mit Solarstrom. Das wurde entsprechend subventioniert. Das Thema ist mittlerweile ad acta gelegt. Das gibt es leider in dieser Form nicht mehr. Energie wird also immer teurer. Und deswegen muss man sich meines Erachtens als einfach aufgeweckter Bürger einfach mal was Neues einfallen lassen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich finde diese Gerätschaften sogar so schön, um jetzt einfach mal etwas naiv zu sprechen, dass ich mir das sogar in den Garten stellen würde, um vielleicht mein Gartenhäuschen oder vielleicht auch meine Außenbeleuchtung, und wenn es einfach nur die Pumpe vom Gartenteich ist, mit entsprechendem Strom zu versorgen. Und da kommen wir auf einen Punkt. Wenn Sie sich mal hochrechnen, das ist ja wirklich schön, so einen Teich im Garten zu haben, was die Pumpe übers Jahr frisst. Das müssen Sie sich mal tun, wenn Sie das alles mit Windkraft regeln können. Ja, wie genial ist das denn? Sieht natürlich noch toll aus am Teich und ist auch noch so einstellbar, dass es sich natürlich nach der Windrichtung auch dreht. Das heißt, immer da, wo Wind ist, kommt auch Wild an. Wind, nicht Wild. Wild kommt dann meistens nachts und äst dann im Garten. Jetzt ist aber die Frage, wie kommt die Energie, die in diesem Generator erzeugt wird, wie kann ich die denn steuern? Wie kann ich die denn dahin lenken, wo sie hin soll, an ein Verbrauchergerät, in eine Batterie zum Beispiel? Und auch da spreche ich viele an, die zum Beispiel immer eine Batterie geladen haben wollen in der Garage. Wenn im Winter mal Tiefentladung ist, wenn ein Auto nicht anspringt, gibt es viele, 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 die dann eben eine Ersatzbatterie zu Hause haben. Die muss geladen werden, die muss immer auf Strom gehalten werden. Und da kommen wir jetzt mit unserem, ja, Solarladeregler. Und der ist ganz wichtig, da können Sie Solarpanels, die haben wir auch im Programm, oder eben die Windkrafträder auch anschließen. Und das funktioniert natürlich auch mit allen handelsüblichen 12 und 24 Volt LKW und Autobatterien, weil wir nämlich hier für 12 und 24 Volt ausgelegt sind. Das ist so der Knüller. Das heißt, ich kann also hier jederzeit zum einen eine ganz normale Reserve-Autobatterie für die Minustemperaturen in den Wintermonaten. Der Smart meiner Frau im letzten Jahr, bis ich die gefunden hatte, war ein halber Tag rum. Der ADAC brauchte vier Stunden, bis er da war. Ist natürlich super. Gleichzeitig habe ich aber auch hier einen Bündelmechanismus, dass mir wirklich den Strom, den ich hier mithilfe der Windkraft generiere, tatsächlich auf die entsprechenden Geräte verteilt. Die Batterie, die zeigen wir gleich noch. Ja, oder eben dann passend zum Beispiel das direkt anschließend an eine 12-Volt-Pumpe im Gartenteich, all diese Dinge. Oder wie du es völlig richtig gesagt hast, Außenbeleuchtung. LED-Technik übrigens heute da ein Riesenthema, verbraucht unheimlich wenig Strom. Können Sie zum Beispiel auch Ihre LED-Außenbeleuchtung oder Dinge, die Sie da eben benutzen wollen, natürlich auch mit so einem kleinen Kraftwerk betreiben. Und wir haben natürlich hier einen effektiven Schutz gegenüber Ladung und Überhitzung, was auch ganz wichtig ist. Das heißt, es kann Ihnen nichts kaputt gehen. Und wenn Sie jetzt mal hier drauf gucken, es ist völlig easy anzuschließen. Finde ich super. Also wirklich von der Handhabung her denkbar einfach. Jetzt reden wir hier insgesamt von einem Laderegler für Windturbinen bis maximal 100 Watt Leistung. Wir hatten Ihnen versprochen. Wir werden also gleich im Anschluss auch noch einen Windgenerator kennenlernen, der bis 300 Watt Leistung generieren kann. Und natürlich haben wir auch den passenden Laderegler für Sie noch entsprechend mit dabei. Anschlüsse und dergleichen können Sie sich gerade selber schon anschauen. Von der Montage her ist es denkbar einfach gelöst. Man braucht also kein Maschinenbau oder Ingenieursstudium, um damit zurechtzukommen. Also damit ist man sicherlich absolut auf der sicheren Seite. Und vor allen Dingen verhindert natürlich speziell dieser Laderegler auch die sogenannte Tiefenentladung. Das heißt, schützt also auch die Akkus oder auch die entsprechend angeschlossene Batterie gegen übermäßigen oder unnötigen Verschleiß. Das heißt, Sie werden sehr lange Freude daran haben. Apropos lange Freude daran haben, bei dem Windgenerator ist eine Sache noch zu kurz gekommen, die Langlebigkeit des Materials. Wir haben hier die galvanisierte Oberfläche natürlich, wir haben diesen robusten Kunststoff. Der Hersteller spricht von einer Lebensdauer von ungefähr zehn Jahren. So was hat sich doch locker schon nach ein bis maximal zwei Jahren wieder amortisiert. Je nachdem, wie du es nutzt, wenn Sie es intensiv nutzen wollen, Sie werden es sehr schnell tun, weil ich kann natürlich jeden Tag die ganze Zeit Energie abgreifen. Wenn Sie auf tausend Ideen kommen, setzen Sie sich vielleicht eine auch aufs Dach. Wenn Sie eben ganz klassische Peripheriegeräte haben, diese laden müssen, eine Leitung mal unten gelegt. Das ist kein großes Thema. Hier kann ich den Energieversorger an echten Schnippchen schlagen und autark sein. Und so was heute finde ich ökologisch absolut genial. Hier für unser erstes Windkraftwerk ist natürlich der Windkraft- und Solarladeregler bis 100 Watt der passende Partner. Das alles unter der Bestellnummer NC 5697 unter 569 für unter 100 Euro. Das heißt, ich kriege für unter 400 Euro ein komplettes eigenes Kraftwerk nach Hause. Und das finde ich den absoluten Wahnsinn. Es ist hier alleine schon super, dass ich wirklich völlig autark, unabhängig von irgendwelchen Stromanbietern, die lokal natürlich unterschiedlich sein können, die ein Stück weit variieren. In Bayern oder in Baden-Württemberg ist es in der Regel ein anderer Anbieter als bei uns zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Die Preise variieren auch etwas. Ich habe da also auch ein bisschen Post ins Haus bekommen, da vor einigen Wochen mal, und habe aber zugegebenermaßen ein bisschen was zurückbekommen. Da war ich ehrlich gesagt sehr glücklich drüber. Von anderen Herrschaften weiß ich, dass die Preise deutlich angestiegen sind. Und das ist natürlich bei einem 3-, 4-, vielleicht auch 5-Personen-Haushalt ein ordentlicher Kostenfaktor, den man sich schlichtweg ein Stück weit sparen kann, indem man eben, ich sage mal, Kleingeräte, Laptop, Handy oder dergleichen von mir aus auch Beleuchtung, Fernseher, all diese Geschichten, unabhängig von irgendwelchen Stromversorgern, hier selber mit dem eigenen Strom versorgt. Und man hat dabei natürlich auch noch ein richtig gutes Gewissen, wenn man die Umwelt nicht belastet. Und Sie merken es nicht, Sie hören es nicht, Sie riechen es nicht, Sie werden es wahrscheinlich noch nicht mal mitbekommen, Sie generieren einfach Strom. Jetzt sogar mit 300 Watt Leistung. Ja, und jetzt überlegen Sie doch mal, und da wird das Gerät nämlich hochinteressant. Viele von unseren Kunden haben ein kleines Einfamilienhäuschen irgendwo auf dem Land, außerhalb von der Stadt, und haben natürlich Gartengeräte, die alle größtenteils mit einem Ladegerät mit 12 Volt geladen werden. Ja, klar, klar. Das zieht, das zieht die ganze Zeit. Ja bitte, hier haben wir mit 300 Watt und einem 8-Blatt-Windgenerator für 12-Volt-Systeme natürlich den riesengroßen Vorteil, 6, Entschuldigung, 6 Blätter, den riesen Vorteil mit 300 Watt Leistung hier, jederzeit die ganzen Peripheriegeräte auch laden zu können. Was ist denn zum Beispiel, wenn ich jetzt eine kleine Batterie zum Beispiel in so einem kleinen Rasentrecker oder irgendetwas habe? Ja, gut, die hänge ich dann wieder an mein normales Ladegerät, das geht dann komplett ständig wieder auf die normale Stromrechner. Dann kann ich wieder zugucken. Ja, ganz genau. Ganz genau. Und hier, und jetzt sehen wir es auch mal im Film, läuft das völlig autark. Und hier sehen Sie auch, dass natürlich unser Generator jederzeit auch sich nach der Windrichtung dreht, das heißt immer effektiv die Leistung bringen kann, die er braucht. Und hier sehen Sie es auch, Solar Charge, dann haben wir alles dabei, was lädt. Und hier sind alle Möglichkeiten da. Das sieht super genial aus, jeder wird Sie darauf ansprechen. Und wir haben hier einen maximalen Ladestrom von 25 Ampere. Jetzt rechne mal, ich habe gerade gesagt, ein iPad 1,8 Ampere, also 1800 Milliampere. 25 Ampere, liebe Leute, wissen Sie, was Sie damit laden können? Sie lachen sich kaputt, wenn Sie zu Hause stehen, Ihre Peripheriegeräte laden, Ihren Weiher zu Hause, den kleinen Bad Seder oder, wie gesagt, den Tümpel dann auch mit Ihrer kompletten Pumpe bedienen. Und das geht alles nicht mehr auf Ihr Stromnetz und Ihre Stromkosten. Überlegen Sie sich das mal, was Sie da rein sparen. Zehn Jahre halten die ohne Probleme bei normaler Wartung. Das heißt, ab und zu mal gucken, dass sich da alles sauber dreht. Minus 20 bis plus 70 Grad. Also es hält alles aus, Sommer wie Winter, völlig egal. Das ist das extreme Wetter, Kapriolen, ja. So, das heißt also, alles galvanisiert. Das läuft das ganze Jahr durch. Sie haben endlich mal ein eigenes kleines Kraftwerk zu Hause, wo Ihnen niemand, aber auch niemand sagen kann, da muss ich jetzt vorsichtig sein bei dem Verbrauch, endlich mal sich den Luxus zu leisten im Garten. Die Deko-Dinge, die normalerweise an Ihrem Stromzählermahn, das passiert nicht mehr. Ich finde das so genial. Eine hervorragende Idee. Mein Schwiegervater hat den Weg der Solarpanels gewählt. Der hat sich vor drei Jahren einen kleinen Pool in den Garten einbauen lassen. Ein sehr, sehr schönes Ding. Zuerst hat er einen ganz normalen hochgebaut, jetzt hat er einen einbauen lassen. Aber da ist eine Pumpe dran. Das soll also das Wasser permanent auch in den Wintermonaten auf ungefähr 30 Grad anheizen. Wenn du so etwas mit so einer Kubikmeter Anzahl an Wasser jedes Mal mit ganz normalem Strom beheizen würdest, bist du arm dabei. Da kannst du ja zugucken, wie dir das Geld aus der Tasche rinnt. Insofern hat der Solarpanels auf die Scheune draufgepackt. Und so wird die Pumpe dann entsprechend immer wieder mit Energie versorgt. Und er lacht sich ins Fäustchen, weil er geht im Dezember oder im Januar bei minus 10 Grad oder was geht er in 30 Grad warmes Wasser mal eben eine Runde im Pool schwimmen. Das Ganze funktioniert natürlich hier mit Windenergie. Die ist genauso sauber wie die Solarenergie. Und selbst wenn der Wind mal nicht so pusten sollte, wie wir es gerade eben im Zuspieler gesehen haben, macht das gar nichts. Sie sind natürlich auf niedere Drehzahl gepolt. Das heißt, selbst bei kleinen Umdrehungen, bei nicht ganz so ausgeprägter Windstärke, funktionieren diese Geräte ganz hervorragend und liefern ihnen genau den Strom, den sie brauchen, um die bereits angesprochenen Geräte entsprechend mit Strom zu versorgen. Dass die qualitativ ausgereift sind, ich hoffe, das glauben Sie uns, denn die halten tatsächlich nach Angaben des Herstellers ungefähr 10 Jahre. Ich denke, wenn die auch mal 10 oder wenn die mal 11 oder 12 Jahre halten, ist das auch kein Thema. Sodass Sie eigentlich, nachdem sich dann die Anschaffungskosten amortisiert haben, und das wird relativ schnell passieren, tatsächlich hier ein ganz klares Plus in Ihrer Kasse feststellen. Das merken Sie im Portemonnaie, das sehen Sie auf der Nebenkostenabrechnung. Und Sie werden aus dem Grinsen nicht mehr rauskommen, weil Sie unabhängig von irgendwelchen Stromanbietern agieren können. Du steigst morgens aus deinem Wohnmobil aus, aus dem Wohnwagen, man guckt aufs Dach und grinst. Das zeigen wir dem Harry mal, oder? Das zeigen wir dem Harry auf jeden Fall. Ich glaube, wenn er heute zugucken sollte, Harry, dann hier, wieder was für dich. Haben wir was, ja. Also, es ist genial, sich sein kleines eigenes Kraftwerk nach Hause holen zu können. Hier mit bis zu 25 Ampere Ladestrom, und das ist echt eine ganze Menge. Dann kriege ich alles geladen, was ich eigentlich so im normalen 12, 24 Volt Bereich habe. Ob das jetzt Modellbau ist, ob das die Gartengeräte sind, egal was. Sie werden da tausend andere Ideen noch haben. Aber ich stehe jeden Morgen mit einem dermaßen guten Gewissen auf. Und auch hier ist der Preis sensationell. Unser Windgenerator mit 300 Watt Leistungsaufnahme liegt bei unter 500 Euro. Und wenn man sich jetzt mal ein bisschen im Internet mal umguckt. Ich habe vorhin vor der Sendung der Schlag getroffen. Was die kostet? Es gibt so was, teilweise 1.200, 1.600 Euro für so ein Ding, wo ich mir dann denke, hallo, da muss es schon lang, lang, lang laufen, bis sich das mal wieder reinrechnet. Trotzdem, auch da teilweise nur 20 bis 25 Ampere Ladestrom. Das heißt, eigentlich genau das Gleiche bei uns kriegen Sie es für unter 500 Euro. Und das finde ich einen absoluten Knüller. Ich habe jederzeit überall, wo ich es brauche, Strom. Und das nur aus Windenergie. Es kostet mich nichts, außer die Investition, die ich ganz schnell wieder drin habe. Und was ich auch sehr wichtig finde, das ist ja kein stationäres Gerät, sondern egal, wo ich es mit hinnehme. Und sollten Sie jetzt an einem Badeweiher zu 5, die Herren der Nation, keine Ahnung, auf einem kleinen portablen Fernseher oder irgendwas Fußball gucken wollen, das geht auch. Das wird ein Trend, das sage ich Ihnen. Weil ich kann mein Kernkraftwerk, also mein Kerken, sage ich schon, mein Kraftwerk jederzeit überall mit hinnehmen. Und natürlich haben wir auch da den passenden Generator dazu, oder besser gesagt, den Ladestromwandler. Das ist echt ein Knüller. So, jetzt fängt es gleich wieder an zu laufen. Super, jetzt pustet es gerade mal. Natürlich haben wir die Geräte so ausgestattet, dass sie sicher gehen können, eine langlebige Dauer zur Verfügung zu haben. Zum einen haben wir hier natürlich den Schutz gegen das Überdrehen. Das sind, glaube ich, maximal 900 Umdrehungen pro Minute, die da generiert werden. Damit das gegebenenfalls, wenn es vielleicht mal zu einem Herbststurm oder was kommt, einfach nicht überdreht, ist da also eine elektromagnetische Bremse mit drin. Wir haben den Arbeitsbereich von minus 40 bis plus 70 Grad Celsius. Das sind so Wetterextreme, die wir hier bei uns in Deutschland oder überhaupt in Europa eigentlich nicht vorfinden. Und hiermit haben Sie wirklich ein 300 Watt Kraftwerk, was jeder zeigt und vor allen Dingen überall, das heißt also auch mobil, mit sauberer Energie versorgt, die also nicht aus irgendwelchen Atomkraftwerken oder aus anderen Geschichten generiert wird, sondern hier einfach nur aus der Luft, aus dem ganz normalen Wind. Das ist die NC 5698 und die 569 für unter 500 Euro bei uns im Programm zu haben. Wir fassen noch mal das Thema mit dem Ladestromregler auf. Wir haben Ihnen eben einen gezeigt, den Sie mit maximal 100 Watt betreiben können oder der maximal 100 Watt über zwei verschiedene Kanäle verteilt. Jetzt haben wir den gleichen also auch noch mal für die 300 Watt Variante. Und das ist natürlich genau das Richtige für den sechsarmigen Propeller, die sechsarmige Windturbine, die wir Ihnen gerade vorgestellt haben. Von der Optik baugleich zu dem anderen. Ausgleich, aber eben höher ausgelegt mit bis zu 300 Watt. Nochmal, an allen 12 und 24 Volt Batterien handhabbar. Es kann ja auch mal sein, dass Sie vielleicht irgendwo einen kleinen Grill oder irgendwas, der auf 12 Volt läuft, natürlich auch mal einen Garten haben wollen. Ja, bitte stellen Sie sich doch Ihr Kraftwerk in den Garten. Es gibt so viele Möglichkeiten, hier Strom zu sparen. Und wie gesagt, bei 12 und 24 Volt, ich kann es auch umstellen, habe ich natürlich überhaupt keine Probleme. Vielleicht auch mal die von meinem Wohnmobil, was ja im Winter dann teilweise vor der Garage steht, die Batterie dann auch wieder auf Vordermann zu kriegen. Zum Beispiel. Also genialer geht es gar nicht. Und der kommt zu einem ultrakleinen Preis zu Ihnen nach Hause. Unter 130 Euro finde ich absolut kein Geld für einen Wind-Solar-Hybrid-Controller, wie du es vorhin angesprochen hast, Solarpanels oder eben hier unsere Windkraft. Und das ist einfach genial. Anzuschließen kann jeder, Sie sehen es hier vorne drauf, wunderschön alles gezeigt. Hier der Drehstrom für unseren Propeller, die Abgaben dann hier mit Laden für Batterie. Und schon sind alle Geräte jederzeit mit Windenergie und ohne laufende Stromkosten wieder aufgeladen. Genialer geht es nicht. Ich finde es klasse, weil die also auch noch diese speziellen Schutzmechanismen haben. Also auch gegen falsche Verkabelung, ein Kontrollsystem, ein vollautomatisches übrigens. Auch zum Beispiel gegen Kurzschlüsse, gegen falsche Verkabelung, gegen Überladung natürlich. Das heißt, die Geräte sind also nicht nur ausgesprochen produktiv ausgesprochen, effektiv in ihrer Energieausbeute. Die sind natürlich auch auf dem absoluten Stand der Technik des heutigen Tages. Das heißt, Sie haben also wirklich alle Sicherheitsvorkehrungen mit drin, dass Ihnen hier nichts passieren kann und dass die Geräte, also ich sage mal zumindest, wie es der Hersteller vorgibt, mindestens zehn Jahre halten. In der Regel sind das dann doch noch ein paar Jahre länger, wenn Sie einigermaßen pfleglich damit umgehen. Denn die Qualität, und dafür haben wir gesorgt, ist wirklich herausragend. Nur der Preis ist etwas kleiner geraten, als Sie es an anderer Stelle normalerweise gewohnt sind. So, also eine ganz, ganz interessante Geschichte. Vor allem, weil wir hier diese insgesamt maximal 10 Ampere Ausgangsleistung tatsächlich über zwei verschiedene Kreisläufe führen. Jeweils 10 Ampere dann ganz genau. Genau. Das heißt, ich kann zwei verschiedene Bereiche gleichzeitig dann auch betreiben. Schraubklemmen sind dran für die Batterie, die Windkraftgeneratoren, die ja mit Drehstrom arbeiten, Solarpanels, alles ist dran. Und die beiden Verbraucherschaltkreise an Ausschalter, das alles in einem eloxierten Gehäuse. Minus 20 bis plus 55 Grad halten die aus. Sie werden schon ganz genau wissen, wo Sie das montieren wollen. Ich finde es klasse, dass ich endlich mal für bezahlbares Geld eine Möglichkeit habe, mir meinen eigenen Strom zu generieren. Und normalerweise ist es so, Solarpanels auf dem Dach, ich weiß nicht, was dein Schwiegervater bezahlt hat, das geht in die Tausenden. Ja, das war auch so. Und ganz ehrlich, das Gerät, das ganze System ist also mindestens zwei, drei Mal im Jahr kaputt. Das muss ständig gewartet werden und alles ist schrecklich. Jetzt ist es seit letztem Jahr so, das wird auch nicht mehr so funktioniert steuerlich. Das heißt, das ist auch Thema durch, aber hier mit Windkraft mir einfach für alles, was ich so normalerweise laden will zu Hause oder mal kurz laden zu benötigen, mein eigenes kleines Kraftwerk zu Hause zu haben ist unglaublich. Wir sind heute in einer Zeit angekommen, wo ich mein persönliches Kraftwerk kaufe. Ja, ganz genau. Finde ich absolut genial. Wenn du dir überlegst, wenn sich die Anschaffungskosten amortisiert haben, das wird relativ schnell passieren, je nachdem, wie sie es nutzen wollen, natürlich zum Teil nach einigen Monaten, zum Teil nach vielleicht ein, zwei Jahren, dann gehen sie natürlich ganz klar ins Plus, das ist wie so ein Annuitätendarlehen, was sich natürlich auch ein Stück weit verschiebt. Und dann kommt man wirklich aus dem Lachen tatsächlich nicht mehr raus. Damit Sie den Strom, den Sie aber generieren, vielleicht nicht aber unbedingt brauchen im gleichen Moment, auch an anderer Stelle noch gerne zum Einsatz bringen können, werden wir gleich im Anschluss an den 300-Bat-Laderegler hier auch noch einen Blei-Akku, sprich also eine Autobatterie, wenn Sie so möchten, vorstellen. Wenn Sie noch keine haben, ist das bestimmt mal eine durchaus interessante Alternative dazu. Also in der Kombination, glaube ich, müssen wir uns auch rein optisch nicht verstecken. Ganz ehrlich, finde ich, ist durchaus mal ein Hingucker. Je nachdem, wie ich das aufbaue, kriege ich das ja gar nicht mit. Aufs Dach, auf das Garagendach beispielsweise, hinten im Garten, da stört es doch keinen, jetzt mal ganz ehrlich. Überhaupt niemand, das ist ja eigener Grund, da können Sie machen und tun, was Sie wollen. Und wenn dieses Kraftwerk dann dasteht, haben Sie Ihre eigene Stromversorgung, Sie werden es ganz schnell auf Ihrer Stromrechnung merken. Und wie gesagt, Außenbeleuchtung, Gartenteich, all diese Dinge, da steht man dann morgens davor und dann hat sich nämlich die Investition in so einen Teich wirklich gelohnt, weil das kostet nichts mehr, außer Wind und den kriege ich kostenlos. Und Futter für die Fische noch. Ja, ganz genau. Unsere 300 Watt, unser Hybrid-Controller, und den kriegen Sie unter der NC5699 und der 569. Und das für unter 130 Euro ist eine faire Nummer. Das heißt also, noch nicht mal 650 Euro Investition für bis zu 25 Ampere Output, den ich dann teilen kann, mit jeweils bis zu 2 mal 10 Ampere maximal an Abgabe. Das ist möglich. Ich finde es einen absoluten Knüller. Und wenn Sie jetzt, und das hast du ja gerade gesagt, vielleicht noch ein Speichermedium brauchen, dann haben wir jetzt noch was für Sie. Und das ist nämlich echt eine ganz tolle Sache. Ein sogenannter Blei-Akku, ein Blei-Gel-Akku, und die haben einen Riesenvorteil. Die haben einen wesentlich höheren Zyklus, was die Laufzeit betrifft. Es gibt auch einige Auto-Hi-Fi-Freaks, die sowas sich auch einbauen, weil da auch sehr viel Leistung flöten geht. Tatsache ist, wir bieten hier noch einen Blei-Akku für unter 200 Euro an, der insgesamt bis zu 100 Ampere-Stunden schafft, und das bei 12 Volt. Das ist ein richtiger Knüller. Das kann man immer gebrauchen, egal ob Sie sich ein kleines Elektromotor, also ein Elektromotorboot von uns hier bestellt haben. Alles das, man kann so eine Batterie immer gebrauchen. Zum Kaltstart, zum Notstart und so weiter und so fort. Zum Überbrücken, wenn irgendwas passiert von mir. Wenn Laternenparker draußen, Minustemperaturen über Nacht, dann stehst du da und kommst morgens ins Büro, nimmst du so eine Batterie mal eben zum Überbrücken. Dann müssen sie auch nicht unbedingt ein Taxi rufen. Haben wir selber erlebt, letztes Jahr im Winter, als es so biestig kalt geworden ist, deutlich unter minus 10 Grad, da haben wir so die Autos reihenweise dann angeschoben und geguckt, dass sie einigermaßen vom Parkplatz runterkamen. Den Aufwand muss man ja nicht wirklich unbedingt betreiben. Vor allen Dingen mit unserem Blei-Akku sind sie also so auf der sicheren Seite, dass sie mehrere hunderte Male aufladen können. Der Hersteller sagt, ab der ungefähr 750. Ladung hat der Blei-Akku immer noch ungefähr 50 Prozent seiner eigentlich ursprünglichen Kraft 750 Mal aufgeladen. Das ist natürlich wirklich mal eine Hausnummer. Das Gerät hat sich quasi also nach wenigen Tagen auch schon wieder amortisiert. So, hat natürlich bei uns die PX1625 und die 569 für unter 200 Euro, wenn sie Bedarf haben. Zugreifen bitte. Ansonsten hat vielleicht noch der ein oder andere das Speichermedium, Autobatterie, Blei-Akku vielleicht noch im Keller oder in der Garage. Die Freaks werden sich jetzt wahrscheinlich schon Papier und Bleistift und vielleicht auch einen Taschenrechner zur Hilfe nehmen und mal schauen, ob sich die Anschaffung lohnt. Glauben Sie mir, es lohnt sich. So, wir schauen noch mal eben kurz zurück und verraten Ihnen noch mal, wie Sie in der Zukunft mit einem ruhigen, richtig grünen Gewissen sauberen Strom generieren und das einfach nur durch die Kraft, die die Natur Ihnen bietet, nämlich durch die Windkraft. Da haben wir den Windgenerator gesehen. Das mobile Kraftwerk versorgt Sie jederzeit und überall mit sauberer Energie. Maximal 50 Watt ist hier die Ausbeutebestellnummer. Hier ist die NC 5696 und die 569, das gute Stück zu haben bei uns für unter 300 Euro. Dazu brauchen Sie natürlich passend den Windkraft- und Solarladeregler, der bis zu 100 Watt natürlich hier verarbeiten kann und bis zu insgesamt maximal 10 Ampere an Output gibt. Rechnen Sie es sich hoch, da kann man schon einiges mit laden. Das ist alles zu bekommen unter der Bestellnummer NC 569750569 für unter 100 Euro für 12 und 24 Volt Systeme. Ganz wichtig, vielleicht auch für euch Brumis, nicht uninteressant, die ja noch da draußen unterwegs seid. Das ist auch eine hervorragende Idee. Da ist doch mit Sicherheit Platz. So viel Platz nimmt das doch eigentlich gar nicht weg. Kann man ja auch jederzeit wieder auseinander wieder zusammenbauen mit ein, zwei Handgriffen. So, unser 300 Watt Kraftwerk sehen wir hier noch mal. Zu erkennen am 6-Blatt-Windgenerator. Hier ebenfalls für 12 Volt Systeme. Ein ganz hervorragendes Teil für unter 500 Euro zu haben. Bestellen Sie bitte mit der NC 5698 und die 569. Selbstverständlich liefern wir Ihnen auch diesen Windgenerator Porto und Versandkosten frei. Und zu dem passenden Laderegler haben wir auch noch ein paar Informationen für Sie. Da haben wir es. Tja, der hat insgesamt bis zu 25 Ampere Output, den ich auf zwei Ausgänge regeln kann. Jeweils da maximal 10 Ampere. Für Turbinen bis 300 Watt, das heißt für unsere 6-Flügelige, die wir Ihnen gerade vorgestellt haben. Der liegt bei unter 130 Euro mit der Bestellnummer NC 5699 und der 569. Und damit kommt das kleine Kraftwerk sofort zu Ihnen nach Hause. Und damit Sie das auch speichern können, haben wir natürlich für Sie zum Schluss noch mal unseren Bleiakku. Ganz genau. Und der ist richtig klasse hier. 100 Ampere Stunden bietet er auf 12 Volt verteilt. Ist zyklenfest. Sie können ihn also wirklich mehrere hundert Mal vollladen und wieder leerlaufen lassen. Hat keine nennenswerte Selbstentladung mit dabei und kommt auf einen Preis von deutlich unter 200 Euro. Wenn Sie Bedarf haben, am besten gleich mitbestellen. Auch den liefern wir Porto und Versandkosten frei. So ist es. Mit der PX 1625 und der 569. Das ist doch mal das grüne Gewissen, was wir jetzt ansprechen in dieser Sendung, oder? Das ist eine der genialsten Sendungen, die wir in den letzten Monaten gedreht haben, weil Sie sich endlich Ihre Energie selber machen können. Und zwar ohne Folgekosten. Also greifen Sie zu, rufen Sie an und ab morgen sind Sie autark. Ganz genau. Viel Spaß damit.